Die ersten Eindrücke sind auf jeden Fall sehr positiv. Die Jungs ziehen sehr gut mit, das Trainerteam auch, ziehen alle gut mit, alle kommunizieren miteinander. Alle ersten Eindrücke sind sehr positiv. Man muss die Spieler mitnehmen durch Inhalt. Jugendspieler haben manche Inhalte noch nie gehört, die fressen alles auf, was man denen erzählt. Wir wollen schon die Entwicklung, auch die Ergebnisse parallel ziehen, darum geht es. Natürlich muss man einen Spagat machen und ab und zu die Entscheidung treffen für die Ergebnisse statt die Entwicklung. Aber das war mir ganz klar, was ich will und es ist, diesen Schritt zu machen. Ich bin sehr, sehr überzeugt, dass wir das auch gemeinsam auch meistern können.